Was halten Sie von einer Impfpflicht für Kindergärtnerinnen? Vor ein paar Monaten hätte man mir ja gerne umgehängt, ich wäre für eine Impfpflicht. Das sind Sie auch gewesen, Herr Landesamtmann. Sie haben gesagt, es kann sein, dass man manche zu ihrem Glück zwingen muss, war glaube ich Ihr Satz. Ja, und bin ordentlich hergefotzt worden. Zu Recht oder zu Unrecht? Zu Unrecht. Zu Unrecht. Ja, bitte sind Sie mir nicht böse. Wenn ich jetzt sehe, dass in einem Privatgarten in Keidorf oder am Ruckerlberg Sie mir doch das Kleid feiern, da darf ich nicht rein. Ich habe ihn nie in das Schlafzimmer wollen, das geht mir nichts an. Aber ich habe immer gesagt, in den Salettln, in den Gärten muss man schauen dürfen. Bundesregierung hat es dann im Übrigen gemacht. Aber das ist ja nicht die Impfpflicht. Bitte? Impfpflicht. Wir sind jetzt gerade bei der Impfpflicht. Und da ist sozusagen meine konkrete Frage, ist wirklich bei den Kindergärtnerinnen, weil ich schon glaube, dass das eine Sondersituation ist, wären Sie da für eine Impfpflicht? Sie sind ja auch, tragen Verantwortung als Dienstgeber. Das wäre ich persönlich. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts sagt, no, geht nicht verfassungsrechtlich. Wir haben das vor 14 Tagen in Baudaussee bei der Landeshauptleutekonferenz besprochen. Wir sind von Verfassungsdienst darauf angesprochen worden, dass jedes Land selber etwas tun kann, was die Aufnahme von Menschen anlangt. Niemand kann den ORF, die Styria, das Land Steiermark daran hindern zu sagen, ja, du hast große Chancen, aber wenn du nicht geimpft wirst, scheitest du von vornherein aus. Und so wollen Sie das machen? Das will ich in den Bereichen des Landes selbstverständlich so machen. Das werden auch große Firmen machen. Auch bei den Kindergärtnerinnen? Auch bei den Kindergärtnerinnen bei Aufnahmen. Ich kann niemanden raushauen aus verfassungsrechtlichen Gründen, die sich jetzt nicht impfen lässt. Aber es ist gegenüber der anderen Mehrheit der Bevölkerung ein schäbiges Verhalten.